Wir kommen zur nächsten Übung der Woche mit der Soria heute. Die macht zwei Beinübungen direkt hintereinander weg. So ein bisschen tricky. Es geht auch so ein bisschen um Koordination und Balance. Und es kommen ganz schöne Reize auf die Oberschenkel und aufs Gesäß. Okay, du legst einfach mal los. Erste Übung ist die Standwaage mit Reverse Flies. Wir haben zwei Kilo Kurzhanteln. Super. Acht Wiederholungen. Perfekt. Genau das. Halb, drei, vier. Super. Fünf, sechs, zwei Stimmen. Sieben. Und die Acht. Bein wechseln. Super. Vier, fünf. Stabiler Oberkörper. Und die Acht. Okay, und wir gehen direkt zur nächsten Übung. Ausfallschritte nach hinten mit einem seitlichen Zug. Nicht so ohne. Auch hier acht Stück. Und die Acht. Einmal rückwärts. Einmal rückwärts. Einmal rückwärts. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Jawohl. Vier. Sechs. Zwei Stück noch. Zwei Stück noch. Sieben. Und die Acht. Sehr schön. Vielen Dank fürs Vormachen. Viel Spaß euch beim Nachmachen. Bis dann.